El Margo hier was geht und wir machen direkt mal weiter mit Level 6 in Episode 3 Story Episode 3 Die Rache der Sith Kapitel 6 Darth Vader Anakin Skywalker, der einstige Podracing Champion von Tatooine und Obi-Wan Kenobis Padawan hat seinen geheimen Gefühlen nachgeheben und ist der dunklen Seite verfallen Seine Frau Padme eilt auf den Vulkanplaneten Mustafa, um Anakin von seinem dunklen Weg abzubringen Sie ahnt nicht, dass sich Anakins ehemaliger Meister, Obi-Wan, an Bord ihres Schiffes versteckt So, ich muss laufen Lauf Schlampe, lauf Und Obi-Wan muss jetzt mal ein bisschen Gas geben So, um hoffen, dass wir das schaffen hier Wow, 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 wow Okay, das ist relativ schwer Ich mach mal Weideherde hier Was haben wir hier, was haben wir, was haben wir Ja, einen blauen Stein Genau, die tun immer gut die Dinger Durch hier, durch hier, durch hier Ja, ich hab's geschafft Sehr gut So Und jetzt mal ein bisschen Hebel hier einsammeln Ähm, was ist die Lila Scheint der Zeit zu sein, okay Ich bin ein Schlauchfuchs Und ich habe soeben bemerkt, dass dort oben in Lila eine Zeit abläuft Und immer, wenn ich diese Pfeiler anzauber Oder, warte mal Ähm, dann krieg ich Zeit dazu, ja So, ich hab ein nächstes Minikit Wen brauch ich hier? Meister Meister, Meister R2D2 So, ich hab 20 Sekunden Jetzt wird aber langsam knapp Ähm, ja Nächster Pfeiler, nächste Pfeiler Ah, 31 Sekunden Gut, alles gut So Rein in die Gutsstube Und ein nächstes Minikit Geht, krieg Und nochmal ein Minikit Also kurz 5 von 10 Hab ich schon So, machen wir mal die nächsten Pfeiler Die nächsten Münzen Ich bin ja irgendwie neugierig Und ich würde auch mal gerne wissen, was passieren würde Wenn jetzt die Zeit auch laufen wird Aber so ein Dussel bin ich nicht Ich wette, ich würde sterben Ja, dann ist das vorbei So Hatte ich hier noch irgendwas hinten liegen? Nein Ich glaube, es kann in den neuen Raum gehen Nein, 10, 9 Acht Das schaffe ich ja nie Das schaffe ich ja nie Das schaffe ich auch nicht Ja So Meine Neugier Meine Neugier wurde jetzt Sozusagen Befriedigt Und ich weiß, was jetzt wirklich passiert Wenn man in der Zeit abkommt Ihr wisst es jetzt auch Also ihr müsst es nicht nachhaben Bloß nicht zu Hause nachmachen Ja Todesgefahr Ihr könnt aber draufgehen So Ich soll mal hier nicht lieber so viel Scheiße labern Sondern mich auf L L S W D K S Konzentrieren Ja Ja Ich fühle mich jetzt nicht irgendwie geil Aber ich habe gerade Übelscressel Abkürzung genannt Ja Ich habe gerade wirklich Lego Star Wars Die komplette Sache abgekürzt Ja Ihr habt richtig verstanden Und ich kann es sogar nochmal wiederholen Ja LSV DKS Hört sich an wie irgendeine Chinesische Finanzgruppe Nein Irgendwelche Versicherung oder so Naja DKS Investment Forms Nein So Wir stocken Legos daraus Ähm Pfeiler Für Pfeiler Für Pfeiler Für Pfeiler So Ich habe 30 Sekunden diesmal Kann Ubi warten Ein bisschen Lockerer vorgehen Aber ich wusste ja nicht was mich erwartet Oha Also ich unterbreche ja nicht gerne in Frequenz Aber die sind so unlogisch Die laufen die ganze Zeit normal neben sich her Und jetzt Bemerken sie mal so ganz zufällig Jetzt könnten wir auch mal kämpfen Unlogisch die beiden Ram Oh Okay Mich verfolgt irgendetwas Okay Okay Ich muss mich sputen Ja Genau das meine ich mit sputen Ähm Nicht Lange die blauen Ja gut ich bin jetzt eh Ach Ehe die Ey wie ich teils abgeschmiert werde Da hätte ich mir jetzt höchstpersönlich die Kuh gegeben Ey Ich selbst dafür zum Glück bin So Äh Schneller Schneller Es ist ein bisschen komisch Jetzt geht es ein bisschen um Teamwork Die beiden Kämpfen Machen sie aber einen auf Teamwork Also Logisch Gleich werden sie wieder bemerken Dass sie kämpfen müssen Genau Genau jetzt Oh mein Gott Power Und ich bin übelst erschütter Und nun ja Oh fuck ey Hauptsache das Minikit Oh was geh ich für den Umweg ey Typisch Lego Star Wars Wieder von ganz von Anfang Nein Wäre ja auch ein bisschen Panne Wenn man direkt da weitermachen dürfte Ey Was macht der direkt einen Sprung Sorry Aber das war das Spiel Das war nicht ich ja Oder das war der Controller oder so Ja Es waren immer die anderen ja Gewöhnt euch das an Also jetzt Ich rede jetzt vor allem für die Kinder Ein kleiner Appell an euch Ja Gewöhnt euch das an Schiebt die Schuld immer Auf die anderen Nie seid ihr dran schuld Immer waren es die anderen Ja Wenn ihr Scheiße gebaut habt Immer die anderen So könnt ihr euch nur aus jeder Scheiße rausreden Und Ja Ihr trägt keine Strafe Strafe davon Ja ich Ignoriere jetzt das Lego Star Wars Spiel Einfach mal Weil ich so gerade gottenschlecht bin Ähm Mir fehlt auch eher die Sprache Kann ich mal sagen Ja Ja Nein Wo soll ich denn hin Hierfür schlägt sie echt die Sprache So Ihr tragt ja natürlich keine Strafe davon Der andere trägt die Strafe davon Ja Also ihr habt auch noch Einen kleinen Grund zur Schadenfreude Alter sorry Ich weiß echt nicht hier wohin Ne Ah jetzt ja klar Da war ich ja gerade eben schon auf der richtigen Fährte Und rechts abbiegen Genau Und vorher noch einmal abschmieren Gehört alles zum Konzept meine lieben Leute Das ist ein Sogenatter Cheat Damit schaffe ich das Level Später schneller Also wenn ich jetzt früher Mehr abschmiere Also ich mach das Komplett absichtlich alles Ähm Denke ich könnt ihr euch auch denken Ne Ja Nein Oh ist das Ja ist ja peinlich peinlich hier Wie der FIFA Reporter aus früheren Spielen immer gesagt hat Ich weiß nicht Kann sich jemand vielleicht daran erinnern Ist ja peinlich peinlich Diesen Spruch habe ich mir irgendwie so eingeprägt Den habe ich auch jetzt immer Sag ich jetzt immer Wenn irgendwas peinlich ist Juhu Ich blamiere mich nicht noch weiter Ak Achso das Ding fällt Ich hab mich schon gewundert Hä Was geht jetzt ab Okay Vielleicht haben manche bemerkt Jetzt kommt mein Background Wallpaper Genau das Wallpaper habe ich hier Wie die beiden hier kämpfen So ich spring die ganze Zeit Doppelsprung hoch Und mach hier diese Attacke Damit treffe ich ihn jedes Mal Ja Weil so wehrt er jeden Schlag ab Der Pisser So Wham Wham Oder Einsprung ist auch nice Zack Treffe ich ihn auch mit Zack Und hab ihn auch getroffen Jetzt aus dem Stand Oh mein Gott Er hat seinen Bruder getötet Level abgeschlossen Freispiel freigeschaltet Episode 3 gemeistert Super Story freigeschaltet Und selbstverständlich Bin ich ein wahrer Jedi Mit 100% gesammelten Münzen So Was sagt mein Mein Portemonnaie 946.470 4 5 5 6 7 8 9 9 Minikits Das sah doch auch gut aus Wo war das zehnte? Enttäuschenderweise leider nicht eingesammelt So 92 Goldene Steine Und wir beenden die ganze Story Und gucken mal Was Uns noch erwartet In Frequenz Und pressen Und pressen Und pressen Süß 1 2 1 2 1 2 3 2 5 ab bald schlöbel ist es nahe was würde ich euch antun wenn ich das jetzt alles vorlesen würde 1,3 prozent vom spiel geschafft das ist leider keine menge das ist ja noch gar nichts würde ich mal sagen und wir werden kommt wieder in die mos als der katina hier geworfen und hier läuft mein feind stirbt stirbt nein okay wir wissen ja dass wir alle neutral sind in der als der katina und gehen mal wieder raus episode 4 eine neue hoffnung ab geht's in die neue episode ins neue kapitel